Ich glaube, mit diesem Treffen hier in der Barakka Zermatt ist das letzte Kriegsbeil, der noch draussen war, irgendwo in der Schweiz begraben. Das zwischen Christian Constantin und Rolf Ringer. Der richtige Rahmen hier, Zermatt, Wallis, Christian Constantin, jetzt ist das Problem, dass Rolf Ringer definitiv endet. Wir haben uns mit Rolf erzählt, dass wir die Friede gemacht haben. Friede, Friede, Rolf, für dich auch ist die Sache endgültig aus der Welt. Ja, wir haben gesagt, dass wir uns wieder auf den Fußball konzentriert haben, weil wir beide lieben. Und das passiert ist, dass wir es nicht vergessen. Und dann haben wir von vier Jahren gesagt, dass ihr ein Vieux-Cons war. Ja, weil wir nicht mehr Zeit haben. Wir hatten eine Sache intime, mit Rolf zu sprechen. Es gab eine bestimmte Konfusion, die wir beide haben, und wir haben nichts zu setzen. Aber wir müssen uns eher auf den Fußball als auf der Boxen konzentrieren. Das bedeutet, dass der F-Session Rolfe-Experte wird? Nein, aber in diesem Moment sind wir die letzten. Es muss immer darauf achten, dass es sechs oder sie sich über die Rolfe-Experte sind. Und wenn sie 100% der Qualität mit der Rolfe-Experte wird, dann wird er in Super League, das ist klar. Ihr solltet, Christian? Ihr wisst, die Saison sind kompliziert. Es sind immer schwierige Zeiten. Für den Momenten, die wir wollen, ist es gut arbeiten, stärker und stärker. Und dann, wenn wir es nicht gut ist, dann wird es noch mehr Chance. Aber für den Momenten wird es nicht mehr gewonnen. Ich glaube, das ist das Moment für einen schönen Tschin-Tchin. Ich komme aus dem Bild. Und dann, wir sehen uns mit einer kleinen Arbine Valaisanne. Santé, Santé.